ja und eigentlich war da echt viel was ich euch zeigen wollte ich weiß zum beispiel dass das hier eins von den videos war die ich auf jeden fall bearbeiten wollte und euch zeigen wollte was so lustig war weil ich hier mit meinem L33 umstand und mich niemand gefunden hat zwischen den autos aber auch wirklich niemand und es sind viele so oft vorbeigefahren und okay gut und dann hat mich natürlich immer war giftig verraten danke war giftig hast du gut